Hallo liebe Facebook-Freunde, wir sitzen hier in unserem Biergarten, denn am 13. Juni beginnt der nächste Werkstatt Comedy Mix Open Air bei uns im Biergarten. Wir sind froh, dass es wieder losgeht. Und Michael, wie meinst du, wie wird der? Na, ich glaube, das wird mit Abstand der beste Comedy Mix, den wir jemals hatten. Ich freue mich total auf den ersten Comedy Mix auf einem Samstag und dann auch noch Open Air. Extra Ausgabe, Samstag. Die Sicherheit ist gewährleistet. Bei uns haben Sie mit Sicherheit Spaß. Wir freuen uns auf Sie am Samstag 19 Uhr. Tschüss. Musik